Dessopolis braucht Unterstützung. Die Kinderstadt Dessopolis wird in diesem Jahr ihre sechste Auflage erleben. Um in diesem Sommer an die vorangegangenen Erfolge anzuknüpfen, wird es jetzt darauf ankommen, erneut Unterstützer für Dessopolis zu gewinnen. Für die vollständige Finanzierung des Projekts setzt der Verein nun auf Gespräche mit potenziellen Unterstützern. Darüber hinaus ist jedermann eingeladen, Dessopolis mit einer Spende zu unterstützen. Das Spendenkonto lautet Dessopolis, Kontonummer 300 18 700, Bankleitzahl 800 535 72. Frei nach dem Motto Kinder an die Macht ist der Nachwuchs im Alter von 6 bis 14 Jahren vom 6. bis zum 12. August 2015 herzlich eingeladen.